naja gut aus dem weg ich bin arzt tony wo ist denn der liebe tony so auf geht's ich weiß nicht verstehe dass der typ der hier auf dieser reihe ist auf dieser straßenseite moment ich zeige es mal der hier nach da doch hier fährt der wollte hier abbiegen der hat sich fast schwul gehabt ganz einfach keine ahnung warum das gemacht hat hat ein bisschen schiss bekommen weil ich da wie ein verrückter angekommen bin aber naja er hat es vernünftig glaube ich er ist auf der richtigen seite da kann wir noch mal abbiegen schnell mal hier rein und gucken was so los ist krägte swing okay ja ich bin gespannt mhm 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 was hast du denn gemacht mädel ach so such an idiot things have been bad before man get us out of it i fight you plot together we get out of it sure but we've never been this fucked before hey you saved me man made me gay tony will always be the king of this town you are this town i sold a business to two different people and they each think they owned a lot man we're fucked so i'll go tell them they gave you the money as a present if they don't like it i take them to the special vip room at the bottom of the west river it's gonna be very crowded in the vip room these are not nice people and there's a lot of them and right now you and me have to go play nice with one of them so you don't start sending rent a goomba into the club fuck it's gonna be okay man yeah whatever meanwhile there's a there's this blogger this nebbish with internet connection bad-mouthing me all over town do you know this guy the the celebernator so level what ii whatever come on all right who's the girl there wasn't a girl man there's always a girl ich hab' keine girl naja ich scheint müssen wir erstmal diesen blogger erstmal treffen okay ich weiß nicht ob wir jetzt was wir jetzt ganz genau machen wir fahren zum golden pier golf club okay fucking rocko after what happened in china though please tell me we're gonna take a nine nine to his legs you think i like running around for that little shit there was a time when the name tony prince met something downtown if you think i signed up to be this boy scout lafioso stooge with a big grin on my face yeah well being his stooge's stooge ain't too much glamour neither money makes a man do strange things pussy makes him do stranger things but luckily i'm not so alter alter okay hier ist jetzt irgendjemand ich glaube roko sein 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 keine ahnung wer das ganz genau ist dummerweise kann ich nicht immer ganz genau lesen was da unten steht weil ich muss mich auch für straße auch konzentrieren rock hey how are you there they are the spick and the fag tony shit hat den keith auch irgendwoher ach so roko ist das der hat uns die chinesen am hals geholt stimmt oh ba da bum i'm sure i would have found that funny if i spoke spick real shame i'll have to ask my maid to translate for me rock what do you need i need you to help me get some information out of this union prick who's decided to get an over inflated opinion of himself he's fucking guys stuck in the 1970s or something where is he he's right down there fuck ha 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 you fucking miss me you piece of shit fucking prick oh big man yeah yeah you fucking miss me i'm gonna get down there and go talk to him you you hit him with some balls when i tell you to huh you think you can do that for me louise yeah i'll give it a try ach man das ist ja richtig geil jetzt muss ich gucken ob ich den typen mal treffe aber ich glaube ich könnte mir das vorstellen dass das richtig schwierig wird lade okay ach so hier muss ich so machen wo ist der typ ach da ist der typ drauf alles klar gut so wechsel die schlagposition mit maus drücke linke maustaste um ab zu auszuholen um den ball zu schlagen drücke linke maustaste wenn der singen energie leise okay alles klar aus daneben sein ja sorry ich denke wie soll man das denn sofort schaffen du spaß die oder das wird gut sein ja 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 das war super so mein lieber kleiner gewerkschaftstyp oder ich weiß nicht ganz genau wer du nochmal warst aber das soll mich nicht stören weil ich hier super golf master bin ich bin und mittlerweile kann man sogar kremer sagen der heißt doch kremer ne der hätte nämlich gestern erst noch die haben wir den kontinentalvergleich gewonnen wieici gegen europa Die ehemalige Weltspitze hat es dann doch noch geschafft, nach einem täuschenden Anfang. Das war echt spannend. So. Ich habe es aber nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Achso, hier kann ich nochmal gucken. Ah, so, alles klar. Ui! Alter, auf die Fresse! Okay. Oh, my God. Oh, my God. Begib dich zum Golfmobil, alles klar. Das könnte wieder sehr ungemütlich werden. Also, es fängt nicht gerade harmlos an. Nicht so wie bei manchen Missionen. Flieh erstmal ein bisschen oder... Machen wir das oder hier. Alter. Hilfe, 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 die sind ja verrückt. Komm raus hier, Loser. Jetzt können wir nicht mal schießen. Da bist du. Na, komm schon her. Diese schwule Tür. Oh, my God. Bleib da auf dem Boden. Nein, wer läuft denn da? Ist das... Ist das... Wer ist das da unten? Ach, was ist unten einfach nur so ein Typ? Alles klar. In den Fuß rein. So. Das tut dich doch raus, hochzukommen. Alter. Ist das nervig. Ist das nervig. Komm raus. So. Weg mit dir. Nochmal in den Fuß rein. So. Er will auch noch. Er ist ja immer noch im Leben. So. Das war's jetzt, mein lieber Freund. Lebt ihr immer noch? Ach, da sind auch noch ein paar Kollegen. Ach so. Das ist jetzt auch alle. Schade. Wer ist das denn jetzt? Das ist Rocco oder was? Ihr macht keine Scheiße hier mal. Ja, du bist auch so dumm, ne? Ja und, ist er jetzt tot? Und, was ist mit dem jetzt? Der, warum läuft der aus der Deckung? Und lässt sich dann umknallen. Ach so, ähm, das ist keinsfalls irgendwie eine... Da ist die Mission einfach jetzt nur zu Ende. Ohne diesen Rocco. So, wie sieht es aus? Ah, das ist ein Rettal, Missionswiederholung, Nachtragsnachricht. Ach so. Ne. Dann muss ich wohl die Mission einfach nochmal kurz nochmal wiederholen. So sieht's also aus. Ja, machen wir das mal. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht wieder den ganzen Golf von neu machen müssen. Weil ich habe fast schon die... Ah, ne, cool. Das ist das Gute hier an GTA. Ja, man versucht's einfach nochmal von neu. Indem man einfach ganz von vorne... Ah, nicht immer von vorne muss. Sondern einfach... Von der Stelle, wo wir aufgehört haben, weitermachen. So, jetzt haben sie mich hier auch mal ein bisschen entdeckt. Vielleicht ist hier irgendwann mal ein besserer Punkt. So, mein Lieber. Hallo. Hab ich dir das Ohr weggeschossen, oder wie sieht das aus? So, kannst du jetzt mal aufhören, da rumzutanzen wie so eine Ballerina? Komm raus. Ach, die kommen nicht raus. Das ist ja furchtbar. So, der nächste... Komm raus, dann bist du weg. So, jetzt ist er endlich mal weg vom Fenster. Und du bist jetzt auch weg. Ja, immer noch hat er noch ein bisschen... Ein bisschen hat er noch. Ah, du Scheiß. So. Aber mal hinten draufknallen. Und du. Was ist mit dir? Hm? Ach, Roku sieht diesmal anders aus, ne? Hat nicht mehr so ein T-Shirt nur an. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. So, komm. Komm raus. Liegt der da noch rum? Naja. Nein! Oh, mein Gott. Wer schießt denn hier noch rum? Ach, die Polizei. So. Gut. Das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt mal gleich los. Und hier hat fast das Gefühl, dass es hier gleich ganz übel aufgehen könnte. Wer schießt denn jetzt hier noch? Ach, die kommen da noch raus. Alles klar. Wow. 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 Ah, meine Güte. Ich fahre uns jetzt hinterher mit diesen fetten Autos. Oh, mein Gott. Das ist nice mit Jürt. What the fuck is with these fucks? Was hat er gesagt? Manchmal übertreibend ist es auch wirklich mit diesem What the fuck oder fuck und so ein fuckinger. Das ist echt manchmal total lustig. Ich muss da ganz kurz die Kamera wechseln. Nee, ist er furchtbar. So, hättest es besser. Fucking fantastic. Bleiben die denn jetzt? Also, ich hätte jetzt mehr erhofft. Alter, das ist also so ein Caddy ist nicht so schön zu fahren. Nichts zumindest nicht auf so einer blöden Straße. Und auch nicht so schnell. Yo, Rocko, you piece of shit. What you got us into? Shut up, Lou. He didn't mean anything.